Hi, ich bin Salim und in diesem Video erkläre ich dir, wie du dich hier für einen Studienkolleg bewirbst und was es beinhaltet. Du kannst dich für das Studienkolleg an der Goethe-Uni bewerben, wenn du laut Annabin einen indirekten Zugang zum Fachstudium hast. Wenn du jedoch einen direkten Zugang hast, kannst du dich gleich für das Fachstudium bewerben und brauchst das Studienkolleg nicht zu absolvieren. Mehr Informationen zu Annabin und dem direkten und indirekten Zugang findest du in unserem allgemeinen Video zu grundständigen Studiengängen. Die Bewerbung für einen Studienkolleg erfolgt gemeinsam mit der Bewerbung für einen Studiengang über UniAssist. Wichtig ist, dass die Bewerbungsfrist der 15. Oktober für das Sommersemester und der 15. April für das Wintersemester ist. Am Studienkolleg in Frankfurt gibt es in der Regel 100 Plätze pro Semester. Darauf bewerben sich meistens über 500 Personen. Deswegen wird man nach einer Bewerbung zu einem Aufnahmetest eingeladen. Dieser C-Test fragt Deutschkenntnisse in schriftlicher Form ab. Am Studienkolleg in Frankfurt gibt es die vier Schwerpunktkurse. G-Kurs für geisteswissenschaftliche Studiengänge oder Germanistik, M-Kurs für medizinische, biologische oder pharmazeutische Studiengänge, T-Kurs für mathematisch-naturwissenschaftliche oder technische Studiengänge, W-Kurs für Wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Studiengänge. Solltest du bei Annabin herausgefunden haben, dass du einen fachorientierten Zugang hast, kannst du dich nur für einen gleichen oder verwandten Studiengang bewerben. Dementsprechend wirst du an dem Schwerpunktkurs teilnehmen, für den du eine Fachbindung hast. Das Studienkolleg dauert zwei Semester und der Unterricht findet in den Fächern Deutsch, dem gewählten Fach und methodischem Training für die Universität statt. Man bezahlt den gleichen Semesterbetrag wie im Fachstudium und eine Gebühr für die Feststellungsprüfung. Wenn du diese Prüfung bestanden hast, kannst du dich für dein Fachstudium bewerben. Solltest du weitere Fragen oder Anliegen haben, zögere nicht, uns anzurufen, uns eine E-Mail über unser Kontaktformular auf der Website zu schreiben oder an unserer Sprechstunde vorbeizuschauen. Viel Erfolg bei deiner Bewerbung!